so los geht's wohin ja wohin wohl stärker zum ziel also wir spielen wir spielen hartmodus ja der stühle ja da ist doch ja nico will schon mal nicht um platz eins mitspielen ja doch nicht 227 was das jetzt hey das geht doch die doch nicht ich überspringe ich hab das ding übersprungen da ist noch genug Oh, Scheiß. Ey! Juli? Ich versuch. Oh, 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 oh. Ach, Mann. Oh. Okay. 4, 5, 6. Ja. Oh Gott, was ist das denn? Müssen wir da oben liegen bleiben? Oh, Mann. Lol. Ne, muss man nicht. Muss man hochkommen. Hä? Hä? Ich war drin. Hallo? Betrug? Betrug? Bist du da gerade rausgeflogen? Ich auch. Du auch? Oh, Nico verpiss dich da. Ich muss da genau wo du bist, muss ich entspielen. Ja? Ja, warte mal. Ich warte mal. Alter, das ist... Das ist ein schlechter Witz. Ich wollte den wegkicken. Habt ihr das auch mal geschafft? Ja, wir warten auf dich. Ey, Nico, du bist mir schon wieder im Weg. Wegkicken oder ins Loch? Fabi, mit voller Power. Na, ich mach mal ins Loch. Hä? Hä? Äh? Ich hab noch kein Gas gegeben. Ey. Easy. Danke, ich darf endlich mal wieder. Meine Frisse. Und ich bin schon wieder. Ja, Nico will halt mitspielen, um den... Was ist los mit den Löschern? Was ist los mit dir? Die Löscher wollen... So, geht doch. Ich hab weiter... Okay. Power! Lol. Zu viel Power. Ha. Ich bin wieder vorne. Lol. Was ist das ein Paar für... Ey. Alter, wir haben ein Paar 9 drin. Wir haben zwei Paar 9 drin. Äh. Jo. Und ein Paar 8. Holy shit. So, ich mach den jetzt rein. Mit... Äh. Du, Lee, dein fucking Ernst? Ich hab gedacht, dass ich den jetzt reinmach. Den ist für ein Windyriesen. Das ist jetzt... Junge! Junge! Ich glaube, ich will mit Nicum den letzten Platz spielen, hab ich's gewöhnt. Nein! Doch, doch... Jude, eine dumme Frage. Ja? Wenn es jetzt schon so ändert, wie ändert es denn bitte bei einer 9er Map? Ich hab keine Ahnung. Oh Gott! Pfff! Oh no! Genau, Juli... Oh, Nico! Hahahaha! 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 Hey! Ey! Ey Nico, hallo! Willst mich ver... Hahahaha! Ich stand nur nicht! Hahahaha! Niko, ich stand noch nicht! Jetzt hast du mich wieder hier nach... Hahahaha! 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 So jetzt mach ihn rein 8-8-8 Der geht raus Ne Boah alter Ich wollte noch mit Fabian den ersten Platz spielen Jaja Niko bremst mich aus Ja danke Machen ich stehe schon wieder so scheiße Ah fuck War zu schnell Wohin Geradeaus drüber Einfach entweder schnell oder langsam Ja Schnell Fabi wie viel hab ich Ich hab nur einen Schlag gut gemacht Das ist schlecht Jetzt Niko Power No Ach man ich hab wieder zwei Schläge zu weh Hm? Oh richtig Ähm Lol Ich hab fast Vollgas gegeben Ja Ja genau so Ey Ey Niko guck mal rechts Da ist das eine Loch Das erste Ja Oh Ja da ist das erste Spiel Das ist zu voll Ja 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 Ja. Ey Niko, du brauchst dich nicht mehr bemühen auf den letzten Platz. Ja. Die macht die Elite ja nicht breitig. Oh man. Oh. Looping. Ja. Oh, Niko. Bisschen weh. Nein. Arsch. Was wär das? Loil. Loil. Und weg ist er. Danke Juli. Ja, kein Problem. Ich bin auch oben. Ja. Ja. Boah, warum nehm ich das nicht mit Facecam auf? Oh ja. Nimmst du es nicht auf, oder? Oh ja. Komm, mit 7 Juli. Da hast du zwei Milzig gemacht. Ich glaube in der nächsten Aufnahme mache ich das mit Facecam. Das ist wahrscheinlich deutlich interessanter. Ja? Was? Was? Oh. 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 Ja. Das war gerade Glück. Hallo. Hey. Hey. Du hast mich auch mitnehmen können. Ne. Ich nur drauf, dass einer... Ist es so einfach, wie es ausschaut? Ich glaube schon. Passt. Ja, war es so einfach. Ja, ja. Junge will sich... Fabi. Du wirst es im Juli nicht ganz so schwer machen. Mein Gott. Sieben Punkte. Wann kommt denn die Neuner? Jetzt kommen die Neuner. Ach du weißt. Oh Gott. Will ich die Map mir überhaupt anschauen? Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck off. Ja, komm. Weh, Juli, weh. Alter. Ich stand nur nicht. Du wirst nicht unter Neun-Mbem. Bleib stehen. Weiter. Fabi, du bist im Weg. Wo bist du hin? Fuck off. Gut. Rollt. Nico hat sich kein bisschen bewegt. Doch, ein Millimeter. Doch, ein bisschen. Ist das zwischen euch doch? Ja. Ich habe fünf. Auch fünf. Du hast elf. Zwölf. Fabi hat zwölf. Wir sind gleich schnell. Warum hast du denn zwölf? Am Anfang zweimal verkackt. Voll, mach. Okay, Fabi will nicht mehr um den ersten Platz spielen. Komm, mach noch ein paar. Loll, warte. Geht um den letzten Platz. Oh, nein. Warte mal, wie? Bleib stehen. Kann man abkürzen? Ja, aber nicht so wie du. Juli, gehst du weg? Ja, Moment. Gehst du mal weg? So. Ja. Ja. Der erste, der kommt, der wird weggekickt von mir. Okay, Juli. Nee. Nee. Du warst mir zu weit hinten. Hättest mich noch rausgekickt. Was? Nee, das war die neuner Map. Bleib. Bleib. The fuck. Mach einfach geradeaus, dann gehst. Boah, Fabi, kümmer. Dem ist völlig egal, was er jetzt hat. Ja, Hauptsache nicht mehr als 78. Jetzt komm, geh rüber. Wo ist das Loch? Was? Fabi, wo ist das Loch? Ich geb mal auf das Haus. Probier mal bitte. Ich hab einen kleinen Korb hinter dem Wagen. Alter, nee. Jetzt echt? Nee. Als ob der es nicht geschafft. Was denkst du, Fabi? Nein. Fabi, du musst nur da vorne in den Korb rein. Ja, guck, ist doch voll einfach. Ich hätt's dir auf den ersten Tag gemacht, da warst du aber noch da. Ey. Auf geht's, Nico. Ich darf nicht riechen, wenn Nico spielt. Nico, du weißt schon, dass du weniger machen musst, nicht mehr. Ja, das war zu wenig. Pass auf zwei Schritte. Der hat kein Ball-Gefühl. Wie war das so? Ja, mit zwei Strafschlägen. Ja, ja, scheiß. Geht ja sowieso nicht mehr am ersten Platz, also. Es geht auch nicht mehr am zweiten. Nico. Ja, ich weiß. Es geht auch nicht mehr am zweiten. Ja. Ey. Es geht einfach nur noch ums Fertigwerden. Alter, Fabi. 14, 12, 8. Das hat dich ja komplett rausgehauen. Ja. Power. Ja, fast. Ich hab fast Vollgas gegeben bei mir. Zu fest. Schon wieder zu fest, oder? Oh, Fabi liegt gut. Was? Ich weiß, ich weiß, wo's Ziel ist. Schon wieder was mit Teleporter. Boah, Fabi. Also das Ziel ist in so einem Minenkarren. Ja, jetzt lieg ich auf dem Dach. Wer ist denn jetzt gerade teleportet worden? I am. Hallo. Ey, das... Sag mal, ich bin... So was packt mich ab, wenn ich nicht direkt... Ich bin vorne. Ich weiß, wo's Ziel ist. Ich bin vorne. Geil. Wat? Was ist das für ein Bug? Warum? Hallo? Was? Ich muss mich rücksetzen. Du hättest F drücken können. Ja, ich hab da drin aber geschlagen. Ach so? Ich sollte aufpassen, Fabi kommt mir näher. Ich hab da drin. Falco, hast du dann nochmal 20 Minuten eingestellt. Ja. Was? Nein, sag mir nicht, da brauch ich auch noch einen Schlag. Doch. Doch. Und das ist auch nicht richtig. Weißt du... Ja, ich weiß, da oben war ich doch schon. Ja, ich weiß. Und jetzt nicht in das Loch da in der Bahn. Und du jetzt auch nicht Vollgas, weil da kommt auch... Doch, bitte, bitte, Bolz drauf. Du musst jetzt hinter den Fluss. Okay. Daneben. Daneben, das war bei mir auch. Oh Gott. Machst du in zwei Schritten? Ja, weil Fabi kommt mir näher. Fabi hat dich aufgeholt. 88. 88 zu 88. Äh, wo ist die Bahn? Ähm, was? Müsst gar nicht mal so stark. Ja. Ey! Da ist... Jawohl im Loch. Ich nicht. Ey. Willst du dich verarschen? Ja. Ich hab's geschafft. Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch, mit drei Schlägen. Boah. Ich hab einen Albatross gemacht. Das ist die Hälfte von... bei der Bahn dürfen sechs Schläge genutzt werden. Oder sechs ist halt Pau. Ich schoss mit drei. Juli. Was? Was? Ich lag halt, äh, links gegen die Bande oder rechts gegen die Bande. Ich hab jetzt schon mehr als, äh... Platz, 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 Platz. Ey, kommt das doch... Was ist das denn? Was ist das jetzt für eine Bahn, Mann? So... Wie kann man so viel Luck haben? Jetzt ist der wieder sechs vor mir. Drei, drei, drei. Alter. Wie kann man das nur verfehlen? Nimmst ja schön brav auf. Oh, scheiße. Jetzt ist der acht vor mir. Ja, Juli, wenn du willst, noch zehn Schläge, dann kannst du mit mir spielen. Nee. Gott. Achso, ich dachte, das ist eine Wand. Ach, das ist so f... Was ist das für ein... Okay, Moment. Das ist fast nach unten. Lol. Okay. Nico nicht so. Ey! Ich hab's mit vier Schlägen. Safe call. Was hält der? Das ist doch... Juli, jetzt! Ihr müsst nicht mal durch das Fass durch. Ja, komm. Nein, Nico, das wird nix. Er pusht doch in sein Mikrofon rein. In 3DS wird das jetzt nicht mehr übergehen. Oh Gott. Das ist ja wieder ein Looping. Oh fuck. Fuck. Rest in Peace. Sehst du mich eigentlich grad verarschen? Als ob's Nico geschafft hat. Lol. Bleib. Stehen. Ähm. Ich verhole dich. Komm zu David. Hallo. What the fuck? Was ist das für ne Map? Nico schock mich an. Ne. Nein. Du pfst mich an. Danke. Nein. Nico hat auch. Doch. Danke Nico. Ey, warum werd ich jetzt nochmal hochgeportet? Ich bin einfach wieder oben. Ohne Grund. Bin ich wieder oben? Hä? Hä? Warum war... Jetzt erst hab warum einen nochmal oben? Ich muss den Zug jetzt wie nen Schlagerkopf bei der Kistlade. Lol, was ist das denn? Ich hab eigentlich nicht beacht. Lol. Ne, so nicht. Ich seh da nur einen Nico an mir vorbeiflitzen. Peter, so doch so. Aber der Fabi ist zu mir doch nie noch weiter nach hinten. Hahaha. Da kommt immer so ein Nico vorbeiflit. Und geht wieder. Danke Nico. Nico mach weiter, vielleicht werd ich noch erster auf der letzten Bahn. Das war für mich gut zum abbremsen. Danke. Fabi. So, das hier ist easy. Easy. Nein, 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 nein. Okay. Hast du nen scheiß Winkel? Ja. Dank dir, Nico. Hört geschehen. Boah, ist das fies. Da musst du nachher dich entscheiden ob rechts oder links. Oh Gott. Komm. Du musst in zwei Schläge im Ziel sein. Ja, danke Nico. Danke. Oh Gott. Danke, Nico, nochmal. Ja, kein Problem. Ey, ich lerne aber auch nicht... Doch! Oh, nein! So, Fabi, mal gucken, ob du dich für den richtigen Weg entscheidest. Immer für links, weil da Nico ist. Ach, komm, hier! Guck mal alle Pfeile an, Fabi. Hier kann man ja gar nicht hochkommen. Hä? Hä? Du musst unten entlang? Nein, musst du nicht? Ach, Nico! Ich hab jetzt erst, ich dachte, ich bin wieder hoch. Nein, du musst nicht hoch. Ich hatte halt so plötzlich so einen scheiß Winkel, dass ich glaube drei, vier Schläge nochmal machen musste. Aber naja, GG, Judi. Letzte Bahn. Letzte Bahn hast du nochmal geholt, ja. Aber immerhin nicht Nico gemacht. Das war's für die erste Folge, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao! Ciao!